Unsere Anwendung ist ein Immersivia Audio Walk, der mit Augmented Reality Elementen funktioniert und Besucherinnen haben die Möglichkeit einer Studentin, die sie sich als Protagonistin für die Reise aussuchen können, zu folgen, die auf der Suche ist nach einer spannenden Geschichte und damit startet sie quasi in den Museumsrundgang und begibt sich auf Entdeckungstour zum Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, wo kommt das Wasser her, wo geht es hin, was hat das mit Gießen zu tun. Der Ausgangspunkt für diese ganze Erzählung ist unser Stadtmodell, weil das das Objekt ist, an dem die meisten Menschen bei uns zuerst starten, wenn sie ins Museum kommen. Unsere Idee war, dass wir auf diesem Stadtmodell verschiedene Ebenen einblenden können und eine spannende Geschichte entwickeln und das ist eben das, was auch das Innovative ist bei unserem Audio Walk, dass wir eben mit einer Dramaturgin zusammengearbeitet haben, die ein Drehbuch entwickelt hat mit einer Helden-Heldinnen-Reise, auf die man sich dann als Besucherin eben auch begeben kann. Und die Entwicklung dieses Charakters eben auch nachvollziehen kann.